hi meine lieben schön dass ihr wieder eingeschaltet habt und herzlich willkommen zurück ja mich gibt es auch noch ich bin wieder da ich hatte ein paar sachen zu organisieren manchmal soll man ja auch die zeit nutzen für sich selbst und in der regel stelle ich auch nur dann videos online wenn ich auch lust drauf habe wenn ich bock drauf habe das ist jetzt der fall ja meine haare sind ein bisschen länger geworden ich wohne aktuell auch wieder in berlin das ist aber nicht grund des videos denn wir haben heute den 24 dezember 2017 ich wünsche dir ein wundervolles weihnachtsfest hoffe du bist im kreise deiner liebsten unterwegs genießt die zeit kommt es auch ein bisschen runter vom alltagsstress die mir manchmal umgeben sind lässt sich ja auch nicht immer vermeiden und hoffe einfach dass es dir gut geht ich möchte mich auf diesem wege auch noch mal ganz herzlich bedanken bei jedem einzelnen von euch für das vertrauen in 2017 dass ihr immer so fleißig eingeschaltet habt dass wir so eine gute zeit hatten so viel spaß so viele tolle erfahrungen und videos auch gemeinsam genießen konnten 2018 geht es weiter dann bin ich wieder am start mit vielen neuen ideen neuer power neuer energie und vielen neuen videos ich freue mich schon auf die zeit eine kleine info noch mal vorab für dich am 27 dezember also in wenigen tagen geht ein video online wo ich ja einige elektro flitzer getestet habe mit einem sehr coolen gewinnspiel verbunden schaut auf jeden fall rein ich wünsche dir auf jeden fall alles alles gute genießt das weihnachtsfest habe einen guten rutsch ins neujahr nämlich vor allem die dinge vor die dich glücklich machen die dich happy machen und die du anpacken willst damit am ende auch gut werden wir sehen uns 2018 wieder habe eine gute zeit bis dann ciao bei einem ein 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 Untertitelung des ZDF, 2020